Willkommen zurück zu Coffee 2, die Nacht des Graben. Beim letzten Mal hat hier unten ja mal eine Steuerung gesponnen. Danach konnte ich nicht speichern. Deswegen habe ich jetzt alles nochmal nachgestellt. Und ich habe sogar die eine Weinflasche da oben getrunken. Hey, du! Was? Was ist los? Warum störst du mich? Siehst du nicht, dass ich gerade an einem äußerst komplexen Experiment arbeite? Ich wollte dich nicht stören. Das hast du bereits. Also, was willst du? Äh, genau. Hier unten. Oder das hier ist zumindest nicht die Vorratskammer. Aber eventuell hat der ja eine Arbeit für mich. Hast du Arbeit für mich? Ja, ich brauche Pflanzen für meine Experimente. Wir züchten zwar selbst Pflanzen, doch haben wir keine Feuernessel mehr. Sieben Blüten sollten reichen. Bringen sie mir. Ach, noch was. Ich vermisse ein Rezept zur Herstellung von magischen Tränken. Falls du es findest, wäre ich dir sehr dankbar. Ähm, okay. Ich habe Feuernessel für dich. Ausgezeichnet. Damit kann ich arbeiten. Nimm diese Windfaust-Spruchrolle für deine Hilfe. Nein! Mist! Nein! Das Geld hätte ich mir sparen können für die Windfaust. Naja, was soll's. Geh ich mal hier rein? Äh, ich suche ja die Vorratskammer. Für die Würste. Mit den Würsten. Äh, wer bist du genau? Was machst du hier? Ich bin der Wächter der heiligen Artefakte. Okay. Schläfst du nie? Was für ein seltsamer Gedanke. Natürlich schlafe ich nie. Innos selbst verleiht mir die Kraft, niemals schlafen zu müssen. Denn nur so kann ich die heilige Pflicht der Wache erfüllen. Schläfst du wirklich nie? Nein. Wenn eine Wache einschläft, dann hat sie versagt. Aber ich werde nicht versagen. Denn Innos schenkt mir Kraft und Ausdauer. So, dass ich niemals müde werde. Oh, hey. Okay. Ich hab doch bestimmt eine Schlafenspruchrolle. Was ist das hier für ein Raum? Hier werden die heiligen Reliquien des Klosters aufbewahrt. Welche Reliquien? Hier ruht Innos Hammer und der Schild des Feuers. Sie sind die wichtigsten Reliquien der Innos Kirche außerhalb der Reichshauptstadt. Wird hier auch das Auge Innos aufbewahrt? Natürlich nicht. Was für eine seltsame Vorstellung. Niemand weiß, wo sich das göttliche Artefakt befindet. Ähm, doch. Bei den Palalinen in der Stadt. Was machst du? Moment, ich... Ähm, warum werden die bewacht? Warum werden die Artefakte bewacht? Besteht Grund zur Sorge, dass sie gestohlen werden? Was für eine absonderliche Idee. Wie kommst du denn darauf? Nur Dienern Innos ist es gestattet, das Kloster zu betreten. Und solche Gedanken hegt kein wahrer Gläubiger. Soll ich dich mal ablösen? Ist das ein Test? Haben die Magier dich geschickt, mich zu prüfen? Oh, ich wusste es. Aber ich werde diese Prüfung bestehen. Richte den Magiern aus, dass ich wie ein Fels in der Brandung stehe und allen Verlockungen widerstehe. Denn ich bin ein würdiger Wächter. Äh, genau bist du. Bis ich dich schlafen lege. Erzähl mir was über den Schild. Der Schild des Feuers wurde von Dominique in der Schlacht auf den südlichen Inseln getragen. Doch die Macht des Schildes soll nie wieder benutzt werden. Deshalb haben wir ihn an die Wand genagelt. Erzähl mir was über den Hammer. Das ist der heilige Hammer von Innos. Mit diesem Hammer erschlug der heilige Roba den steinernen Wächter. In den heiligen Schriften heißt es, dass der steinerne Wächter unverbundbar war. Wie ein Turm stand er in der Schlacht und die Waffen seiner Feinde zerbrachen an seiner steinernen Haut. Mit Innos Namen auf den Lippen stürzte sich Roba auf das Ungeheuer. Und mit einem mächtigen Hieb seines Hammers zerschmetterte er das Wesen. Das klingt nach einem Steingolem. Ja, erinnert ihr euch im ersten Teil? Den konnte man mit normalen Waffen nichts anhaben. Aber mit einem Hammer dann umso mehr. Ein heiliger Hammer. Ähm, das hier drüben könnte ein Schalter sein. Nein, kein geheimer Schalter. Gut, aber... Erstens, mir fehlen 18 Lebenspunkte. Das sind 12 und 2 mal 3. Und dann... hab ich doch hier... Keine Einschlafenrolle. Mist. Verdammt. Ah, den krieg ich bestimmt irgendwo her. Gorax verkauft bestimmt so eine. Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Kehr um. Innos wird seinen Zorn auf dich richten, wenn du nicht umkehrst. Ist ja gut. Das Spiel hat mich noch einen Schritt weiterlaufen lassen beim ersten Ansprechen. Ist doch nicht meine Schuld. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie ab. Schatzkammer. Vorratskammer. Ah, wer sagt's denn? Natürlich. Die letzte Tür. Die letzte Tür war es natürlich wieder. So, hier ist ein bisschen düster. Hm, Häpfel. Stärke. Äh, Fisch brauch ich keinen, aber ich hab ja den... Vom Schlösser knacken verstehe ich nichts. Hey, du hast doch den Schlüssel. Oder sind die Würste hier drin? Ah ja. Schafswurst. 14 Stück. Sehr schön. Äh, ich hab auch grad nochmal hier reingeguckt. Außer mir sind 13 weitere Novizen im Kloster. Das heißt, eine der Würste ist für mich gedacht. So wie ich das sehe. Oh, guck mal, ein Rezept. Was für ein Rezept ist das denn? Rezept der magischen Essenz. Okay. Hab ich jetzt noch. Gut. Rezepte gehen nicht verloren, wenn man sie liest. Äh, und warum genau konnte ich da gerade durch die... ...Kisten durchlaufen? Ah. Die Kisten sind gar nicht da. Das sind nicht die Kisten, die ihr sucht. So, und jetzt mach ich hier wieder zu. Gut. Alles wieder in Ordnung gebracht. Beweise vernichtet. Wobei. Ich bin ja hier im Auftrag der Magie unterwegs, also... ...wird das hier hier wohl kaum... ...jemanden... ...falsch aufstoßen, wenn ich hier die Würste hab. Ich glaube, du bist eine Wiese. ...würste, wie das aussieht. Willst du eine Wurst? Ah, lecker, lecker. Hab vielen Dank, Bruder. Gerne doch. Lecker, lecker. Hab vielen Dank, Bruder. Wenn das jetzt alle sagen, dann drehe ich durch. Na ja, ich bringe mein Neoras sein Rezept. Und eigentlich hätte ich mit der Windfaust dann ja gleich zu Boba gehen können. Hey, du. ...mit der für mich putzt. Wegen deinem Rezept. Ich habe es gefunden. Gut. Ich hatte schon befürchtet, es wäre verschollen. Hier, nimm diesen magischen Trank als Zeichen meines Dankes. Andererseits, na ja, so teuer war das ja nicht, ne? Diese Windfaust. Was hat er mir jetzt gegeben für einen Trank? Wein. Nein. Bestimmt nicht. Bestimmt auch kein Bier. Geschicklichkeit plus drei. Ja, das wird irgendein Heiltrank gewesen sein, ne? Vielleicht der dicke Mana-Trank oder so. Wisst ihr was? Ach komm, ist doch egal. Weg damit. Dann habe ich den. Das hier sieht aus, als würde es... Das ist so dunkel. Verglichen mit dem Rest und der Teppich führt da hin. Das könnte ein Geheimgang sein. Ein Novize! Hey, wer sagt's denn? Willst du ne Wurst? Klar, immer her damit. So ne Wurst ist nicht zu verachten. Ich brauche Hilfe beim Fegen der Novizenkammern. Bin ich der Einzige, der dir hilft? Nein, ich habe bereits Hilfe bekommen. Dann bin ich dabei. Ach, das geht so einfach. Moment, da geht's hoch. Da... Ach ja, da ist die Vorwärtskammer. Ich war tatsächlich komplett durch. Was sind das für Geräusche? Ich weiß es nicht. Argon! Hier, nimm ne Wurst. Ich hab hier ne Schafswurst für dich. Schafswurst. Schafskäse. Schafsmilch. So langsam kann ich es nicht mehr sehen. Willst du jetzt die Wurst oder nicht? Ach, gib schon her. Meine Meinung kennst du ja schon. Moment, ist halt es besser auf mich zu sprechen. Was wird hier gepflanzt? Wir versuchen Heilpflanzen zu züchten, damit... Na, das kenne ich schon. Warte mal. Erzähl mir nichts, ich kenne so. Noch einer. Ich brauche Hilfe beim Fegen der Novizenkammern. Hey, ich würd's ja tun, aber ich bin schwer beschäftigt. Das interessiert mich nicht. Wie wär's mit einer leckeren Schafswurst? Da sage ich nicht nein. Danke, Mann. Das ist jetzt genau das Richtige. Nur innerste Schrei. Kannst du jetzt meine Kammer fegen? Ich brauche Hilfe beim Fegen der Novizenkammern. Hey, ich würd's ja tun, aber ich bin schwer beschäftigt. Ach, Mist. Ja, schade. Das hat so nicht geklappt. Aber ich mach jetzt mal die Seite des Klosters noch fertig. Denn auf der anderen Seite war ich ja bisher noch überhaupt nicht. Hey. Willst du ne Wurst? Klar, immer her damit. So ne Wurst ist nicht zu verachten. Ich brauche Hilfe beim Fegen der Novizenkammern. Vergiss es. Dafür hab ich keine Zeit. Such dir einen anderen, der dir hilft. Ah, da muss ich jetzt echt alle durchgehen. Ach. Ich brauche Hilfe beim Fegen der Novizenkammern. Hey, ich würd's ja tun. Ja, ich brech das mal ab. Hier, und ich schaff's Lust für dich. Äh, ich glaube, das ist das, was Zwergesel meinte mit Ich muss ja nicht besonders stark sein, um die Aufnahmequests hier zu machen. Naja, was soll's. Ähm, ich vermute, ich hab hier einen drin. Und ich hab da einen drin. Ne, da nicht. Da hab ich einen drin. Ich vermute mal, ich muss vier Novizen insgesamt finden, die jeweils eine Kammer fegen. Damit ich sagen kann, alle Kammern sind gefegt. Ähm, hier ist niemand. Gut, damit bin ich jetzt auf dieser Seite des Kalusters endlich fertig. Es sei denn, du kannst mir beim Fegen helfen, Dürian. Hey, du. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Ich verteile gerade Würste. Danke. Hoffentlich wird das nicht meine letzte Wurst sein, die ich hier bekomme. Der andere beschwert sich darüber, dass es nur Schaf gibt und du bist immerhin dankbar dafür, überhaupt was zu kriegen. Finde ich gut. So, äh... Wegen der Novizenkammern. Unbestritten, es ist keine einfache Augen. So, ja, das läuft doch. Gibt es da drin denn Novizen? Der arme Kerl kann einem Namen. Da ist keiner. Da ist auch keiner. Da ist einer. Hey, du. Ich brauch... Oh, Mann. Du bist gerade mal hier und lässt dir direkt die Fegerei aufs Auge drücken? Tröste dich. Mir ist es genauso gegangen, als ich hier neu war. Und deswegen helfe ich dir. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Ha, geht doch. Warte mal. Nur noch einer. Und hier, zum Dank, kriegst du eine Schafwurst. Wie wär's mit einer leckeren Schafswurst? Da sage ich nicht nein. Danke, Mann. Das ist jetzt genau das Richtige. So, dann gehst du mal bitte fegen. Die goldenen Kerlchen behalten, lass ich mal besser stehen. Nicht, dass die dann schlecht auf mich zu sprechen sind. Ultra Pyrocar Serpentis. Was wagst du es mich an zu sprechen, Novize? Geh zurück an deine Arbeit. Okay, und wie ich sehe, machst du auch deine Arbeit ganz voll zu schicht. Hau an. Der neue Novize erscheint vor dem Hohen Rat. Innos sei mit dir, mein Sohn. Was genau ist die Aufgabe des Hohen Rates? Ja, gute Frage. Unsere Pflicht ist es, den Willen Innos zu verkünden. So benennen wir die erwählten Novizen, denen die Prüfung der Magie auferlegt wird. Auch wenn wir sehr zurückgezogen leben, richten wir unsere Blicke auf die Geschehnisse der Welt. Denn die Kirche Innos vertritt das oberste weltliche Gesetz. So, die Geschehnisse der Welt interessieren euch also. Was sagt ihr dann dazu, dass Drachen im Minental sitzen und ihre Armee jeden Tag wächst? Ich verstehe, dass du aufgebracht bist. Doch wir müssen deine Worte erst prüfen, bevor wir Schritte einleiten. Wenn wir uns jetzt zu unüberlegten Handlungen hinreißen lassen, erreichen wir gar nichts. Also, erfülle deine Aufgaben und wir beraten, was zu tun ist. Erzähl mir über die Prüfung der Magie. Es ist die Chance für den erwählten Novizen, in die Gilde der Magier einzutreten. Aber nur einer kann die Prüfung bestehen. Und nur Innos allein wählt die Novizen dafür aus. Also, der Hohe Rat. Wann findet die Prüfung statt? Sobald wir den Willen Innos vernommen haben. Die erwählten Novizen erfahren es von uns und wir stellen sie vor die Prüfung. Ah, nee, warte. Passt. So, okay. Das ist eine Prüfung, die ich ablegen muss. So, du bist also der neue Novize. Nun, du hast bestimmt schon eine Aufgabe von Meister Parlan zugewiesen bekommen. Du weißt ja, dass jeder in der Gemeinschaft des Feuers seine Arbeit zu verrichten hat, so wie es Innos' Wille ist. Jep, das weiß ich. Einige Bürger von Korinis sind auf seltsame Weise verschwunden. Das ist mir bekannt und sehr bedauerlich. Jedoch haben wir uns mit den Magiern des Wassers darauf geeinigt, dass sie sich der Sache annehmen. Gleiches gilt für die Untersuchung der eigenartigen Erdbeben in der nordöstlichen Region von Korinis. Bisher ist mir nicht zu Ohren gekommen, dass unser Einschreiten vonnöten wäre. Also werden wir auch nichts in dieser Sache unternehmen. Ja, aber... Kein Aber. Wir werden Verfahren, wie wir es für richtig halten. Und ich hoffe, auch du wirst das respektieren. Ja, ja, die Magier wollen ihren eigenen Pferd durchsetzen. Die Feuermagier. Ist ja mal wieder typisch Magier. Gut, ich bin endlich fertig auf der einen Seite des Klosters. Yay. Dann speichere ich mal eine Runde. Das ist mir ein Speicherpunkt wert. Glaubst du wirklich? Was kann ich für dich tun, Bruder? Dann mache ich die andere Seite. Ich verteile gerade Würste. So, dann arbeitest du für Gorax, was? Nun, dann gib mal her die Wurst. Wieso arbeitest du nicht? Es ist mir gestattet, die Lehren Innos zu studieren. Ich suche die Weisheit in seinen Worten. Eines Tages wird er mich erwählen. Und dann werde ich die Prüfung der Magie bestehen und in den Kreis des Feuers eintreten. Wer sind die Erwählten? Die Novizen, die Innos dazu bestimmt hat, die Prüfung der Magie abzulegen. Derjenige, der sie besteht, wird in die Reihen der Feuermagier aufgenommen. Wie werde ich erwählt? Darauf hast du keinen Einfluss. Innos alleine wählt seine Novizen. Und der Hohe Rat verkündet seinen Willen. Was ist die Prüfung der Magie? Eine Prüfung, die allen erwählten Novizen vom Hohen Rat verkündet wird. Es ist eine Aufgabe, bei der Glaube und Klugheit auf die Probe gestellt werden. Alle erwählten Novizen nehmen daran teil. Aber nur einem ist es möglich, sie erfolgreich abzulegen. Okay. Wie kann ich die Schriften studieren? Du musst Zugang zur Bibliothek bekommen. Doch Meister Parlan wird dir nur den Schlüssel geben, wenn du vorher deine Pflichten erledigt hast. Das heißt, mein Plan ist jetzt Pflichten erledigen, dann Bibliothek studieren und dem Hohen Rat demonstrieren, dass ich gut genug bin, um die Prüfung abzulegen. Willst du eine Wurst? Klar, immerher damit. So, kannst du beim Fegen helfen? Ich brauche Hilfe beim Fegen der Novizenkammern. Klar helfe ich dir. Wir Novizen müssen doch zusammenhalten. Eine Hand wäscht die andere. Ich brauche nur 50 Goldstücke, weil ich noch Parlan bezahlen muss. Was? Du musst Parlan bezahlen. Äh, ja, komm, nimm. Okay, ich bezahle. Gut, dann werde ich mal loslegen. Dummdi-Dumm. Ein Schäfer. Opolos. Hallo, du bist doch der Neue. Ich bin Opolos. Ich kümmere mich hier um die Schafe. Wie lange bist du schon im Kloster? Ich bin seit drei Jahren hier. Aber bisher habe ich noch nicht studiert, obwohl ich das gerne würde. Na, klasse. Warum nicht? Meine Aufgabe ist das Hüten der Schafe, nicht das Studieren der Schriften. Und solange Meister Parlan mich nicht von dieser Pflicht entbindet, ist es mir nicht erlaubt, in der Bibliothek zu lernen. Ich habe hier diese Schafswurst. Oh Mann, Wahnsinn. Endlich wieder eine leckere Schafswurst. Komm schon, du sitzt an der Quelle. Kannst du mir was beibringen? Klar. Ich habe früher mal Leute verprügelt. Ich kann dir zeigen, wie du deine Arme trainierst. Allerdings will ich gerne etwas über Tränke erfahren. Vor allem über magische Tränke. Wie kann ich dir dabei helfen? Naja, wenn du für Neoras arbeitest, bekommst du bestimmt Gelegenheit, eines seiner Rezepte kurzfristig auszuleimen. Ach, verdammt. Wenn du es mir bringst, sodass ich einen Blick darauf werfen kann, werde ich dich trainieren. Ach nein. Warte mal. Mist, das habe ich ja schon abgegeben. Habe ich da noch ein anderes Rezept irgendwo? Nein, habe ich nicht. Ach, nö. Neoras. Ich frage mich, ob er seine Rezepte verkauft. Äh, Marduk. Moment, aber so wie ich das sehe, habe ich gerade alle vier Novizenkammern bestückt mit, da ist ein unsichtbares Hindernis, bestückt mit Novizen, die für mich kehren und fegen. Und damit bin ich ja endlich fertig. Wegen der Novizenkammern. Du hast tatsächlich vier Novizen gefunden, die dir helfen. Ich denke, sie können jetzt wieder ihrem Tagewerk nachgehen. Gut gemacht, Novize. Du hast die Aufgabe gelöst, vor die ich dich gestellt habe. Hast du denn noch eine Aufgabe? Bekomme ich Zugang zur Bibliothek? Du hast Bruder Neoras die Feuernesseln besorgt? Du hast Neoras Rezept wiedergefunden. Es ist dir gelungen, vier Novizen zu finden und so die Kammern zu reinigen. Du hast zwar gearbeitet, aber deine Pflicht ist es, noch weiter der Gemeinschaft zu dienen. Meine Meinung denkst du ja schon. Ach ja, na gut, dann werde ich wohl noch weiterhin etwas dienen müssen. Und zwar muss ich wahrscheinlich noch die Wurst, ja klar, ich muss die Wurst noch komplett verteilen. Ich würde noch gerne mit dem Magier sprechen. Mit dem Paladineran wird sich nie etwas ändern. Magier gibt es ja hier genug. Ich brauche ein Rezept für den Schäfer. Aber wenn hier jemand was vertickt, dann ist das ja der da, zum Beispiel. Ich brauche ein paar Dinge. Zeig mir mal, was du hast. Du hast leider kein Rezept. Schade, schade, schade. Gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als an dieser Stelle die Folge zu beenden. Und beim nächsten Mal werde ich dann die Schafswürste weiter verteilen. Und ich werde... Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Hm. Hier ist niemand. Okay, wo mache ich denn weiter? Beim nächsten Mal werde ich mit Marduk sprechen. Genau. So, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ich habe es nicht gedacht.